Was muss ich da drauf? Ja, 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 wir griffen. Boah, war das knapp. War das knapp. War das knapp. War das knapp. Nein! Muss ich jetzt einmal komplett wieder... Oh, nö. Ich kann mich hoch. Oder? Kann ich hier nicht? Kann ich diesen Wandsprung machen? Nein, kann ich nicht. Ich muss nicht komplett von vorne, oder? Boah, das wäre fies. Ich war doch schon fast da. So, warte mal. Ich sehe hier nicht viel. Ich müsste hier immer wieder hochkommen, ne? Eine Treppe oder so müsste hier doch kommen. Ich vermute mit einem Weg nach rechts, der mich einfach nur zurückführt. Auch wenn das ganz schön scheiße wäre. Okay. Was? Echt jetzt? Boah, ist das fies. Das war aber echt ein bisschen fies. Okay, da ist falsch. Aber das war die falsche Kette. Oder die falsche Stange irgendwo. Wo ist denn diese tolle Stelle jetzt hier? Hä? Hier muss doch jetzt irgendwo die Stelle sein. Wo ich hoch konnte. Aber die ist hier nirgends. Ich verstehe nirgends mehr. Ah, da habe ich den Schalter betätigt. So, dann muss es doch jetzt hier irgendwo. Da oben. Da ist das doch. Ja. Da oben hat es eben gesehen. Das Fleisch ist zwar kein echtes Fleisch, aber mir wurde versichert, das ist trotzdem problemlos. Aha. Hier ist die Stelle. Hoch da lang. Boah, ich muss das... Ich muss jetzt jedes Mal einmal komplett rumladen. Ja, ist klar, Cortex. Würdest du bitte dich einfach mal fallen lassen? Böse Dinger, ja. Oh. Ich muss das wirklich jedes Mal jetzt komplett nochmal neu machen. Aber es ist ein bisschen... Scheiße. Aber gut. Das Tolle ist, dass ich die Viecher echt nicht kaputt machen kann. Und die schießen einfach unentwegt weiter. Oh, das hätte ja fast noch geklappt. Ah, komm. Nein. Schnell hoch. Ja. Ja gut, das heißt unnötig. Also ich kann sie hauen, aber es bringt nichts. Ich konzentriere mich einfach nur auf dieses Fass und gucke gar nicht auf den Schuss. Ich glaube, die können mich eh nicht treffen. Ich glaube, das ist nur Abdeckung. So, irgendwo muss hier oben gleich was zum Abspringen sein, wo ich zu diesem Schalter hin komme. Ich hoffe, dass ich sie jetzt gleich packe. So. Heilige Abkriege. Oh, das ist aber echt ein langer Weg. Ich mag sowas nicht. Da, da muss ich hin. Danke. So. Und jetzt? Geht die blaue Tür. Ach du meine Güte. Jetzt geht das immer so weiter. Okay, jetzt muss ich einfach hier zurück. Das kennen wir ja schon. Oh, jetzt muss ich so lange warten. Okay, dann muss ich dem hinterher gehen. Dann komme ich hier wieder raus. Ach so. Schon da. So, dann runter hier. Okay. Dann bin ich hier. So. Dann kann ich jetzt in die blaue Tür rein. Wunderhübsch. Da ist die blaue. Wieso ist sie zu? Wieso ist sie jetzt zu? Ey, jetzt drehe ich hier gleich durch. Wieso ist denn die Tür jetzt wieder zu? Oh, Mann. Können wir das noch mal machen? Oh, ey. Was soll's? Wollt ihr mich denn alle verarschen? Ich glaube, das Spiel mag mich absolut nicht. Ich befürchte sowas. Ja, Cortex. Cortex hat Probleme. Ja, jetzt bin ich einmal komplett rumgelatscht. Ich habe schon wieder nicht die Stelle entdeckt, wo ich hoch muss. Ja, ja. Da oben muss ich hin. Okay. Also, noch einmal da lang. Ja, und... Muss ich denn durch diese Tür wieder zurück, oder was? Echt? Nee, kann ich ja gar nicht. Ich komme ja gar nicht zurück. Wie komme ich denn zurück? Weil die Fässer rollen ja nur in eine Richtung. Wie mache ich das? Hä? Also, versteht ihr gerade... Also, versteht ihr gerade... Ich komme angeblich nicht nach links runter. Wie komme ich wieder zurück? Ohne zu sterben. Weil angeblich ist das ja wohl der Tod, wenn ich da runter... Ach, da ist eine Tür, eine ganz große. Ach wohl, nee, nee. Quatsch. Da kommen ja die Fässer raus. Hä? Wie komme ich denn dann hier weg? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Also, da unten... Gibt es denn da unten irgendwo einen Weg? Wieder zur anderen Seite? Ich denke nicht. Tja, wir müssen gleich mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich weiß es nicht. Da ist es! Nee, das ist auch keinem für. Ja. Komme ich hier oben irgendwo lang? Ich muss ja irgendwie wieder... Vielleicht sind das... Dafür die Lücken da, dass ich wieder zurück kann. Und wenn ich zurück bin, was mache ich dann? Ich weiß es gerade nicht. Nee, da komme ich ja... Doch, da komme ich noch rum. Da hinten links. Da. Ah! Hier kann ich tatsächlich hoch. Alles klar. Weil sonst hätte ich mich echt gewundert, wie ich wieder zurückkommen soll. Das ist nicht zufrieden. Nein! Los nicht, ey. Der Teich ist kaputt. Na, rein! Oh, war das knapp. So, und jetzt kann ich in die blaue Tür, ja? Das hoffe ich. Das hoffe ich. Oh. Ja, und? Okay. So, jetzt ist blau offen. Super. Wo finde ich... Wo finde ich... Hast du... Ah, okay. Da muss ich jetzt an diese blaue Lichtschranke heranspringen. Okay, verstehen tue ich das jetzt, ja? Aber ich hoffe, dass es zwischendurch irgendwie mal so einen Speicherpunkt gibt. Da ist rot. Oder muss ich an rot? Nein, ne? Ich denke aber, ich muss blau. Ich muss blau, Alter. Ja, hier ist nix. Okay. Ja, Cortex, du bist toll. Da ist blau. Okay, blau ist hier, aber da oben muss ich anscheinend... Oder komme ich da... Ne, da muss ich hin. Aber wie komme ich da hin? Ich fette mal hier hoch. Ah, da. Okay. So. Oh, ne, jetzt kommt nochmal so ein Raum, ne? Scheiße. Bitte nicht sterben. Verdammt. Was kommt denn jetzt? Oh, das ist was anderes. Oh, danke. Speicherpunkt. Also gut, ich muss sagen, die Idee ist mal wieder cool. Doch, das gefällt mir ja eigentlich. Oh. Ah. So. Ja, er speichert heute wieder sehr lang. Gut. Geht's hier auch weiter? Ich werde dann nicht das gerade noch wissen. Oh. Oh. Kampf. Merk, da ist der Schalter, okay. So. Ja, wie komme ich da hin? Ja, aber was bringt mir das? Ich glaube nicht, dass ich die hier alle kaputt machen muss, oder? Ich glaube doch, denn ich brauche so ein Vieh hier wahrscheinlich. So. Ich sehe... Ach, das sind ja jetzt ja Treppen, das sehe ich jetzt erst. So. Und das sind die... Die waren doch eben noch nicht da, die Treppen, oder? Ich muss die wahrscheinlich... Ich muss die wahrscheinlich töten, ja. Also, den haben wir auch. Wahrscheinlich ist das einfach nur eine Kampfarena. Ich vermute es mal. Wenn da jetzt gleich neue kommen, dann weiß ich es auch nicht. Dann muss ich irgendwas verliegen. Ich gucke mal. Ja, jetzt kann ich doch einfach zum... Nee. Achso, ah! Ach nee, dann brauche ich doch so ein... So ein Teleporter-Kackviech. Wo kriege ich den denn her? Ähm. Da bin ich... Bin ich hierher gekommen? Da bin ich hierher gekommen, ne? Da bin... Ich brauche... Diesen Telepathie-Typen. Wie komme ich denn da oben hin? Ja, ich kann die Sachen von hier unten kaputt schießen. Ja, das ist aber auch alles. Was ist mir denn zu einfach? Warte mal. Wenn ich eine Kugel abschieße... Warte mal. Ich schieße mal da drauf, so ein Feld. Also irgendwie... Schießt doch hier was zurück. Ich begreife das noch nicht so ganz hier. Oder kann ich da selbst durch? Warte mal, muss raus sein. Ich mache jetzt einen kaputt. Dass das nur für... So ein Schutz ist, dass man... Ah, ich selbst... Ah, okay. Ich selbst darf durch. Ich dachte, das wäre so ein Klotz gewesen, wo ich diesen Telepathie-Burschen brauche. Und da kann ich mich ranhängen, ne? Hopp' ich mal. Ja. Ja! Genau, Alex. Das war clever. Okay, das ist ja bisher noch machbar hier. Okay. Ich warte mal, bis sich der wieder verwandelt. Okay. Geht. Ich muss jetzt echt hier... Einmal komplett rum, wie es aussieht. Mal den weg. Achso! Ich sehe das jetzt schon. Da muss ich ja rüber. Okay. Hopp, 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 hopp. Das erinnert mich gerade an Entropy, den Bosskampf bei Teil 3. So. Der rote Schalter ist auch offen. So, das wird ja wohl der letzte Knopfteil sein. Und dann geht's in den roten Bereich. Okay. Ja, komm. Das war okay. Das war okay. Das war okay. Boah!